Alles super toll gemacht. Die Kellner stehen alle schon hier. Guten Abend. Guten Abend. Warte mal. Was denn? Ja. Hier sehen wir das Café. Super ist alles. Ein bisschen Käse. Alle stehen schön spaniert. Uns geht es richtig gut. Schönes Salatbuffet. Oh, Riesengarnelen. Oder was sind das? Riesengarnelen, oder? Und der Hummer, sehr schön. Kaviar. Salat. Jan. Ich bin dabei. Nicht so laut. Ganz ganz tolles Befehl. Wir haben das noch gar nicht durchgefilmt, Mensch. Wir hatten so einen Hunger. Wir sind so losgestimmt. Und das wurde really guterinncode. Wir haben professionистische baseline. Das ist ja so die Feuerwehr. Das ist aber gespannt. Und das ist aber doll. Hör, Ing. Vielen Dank.